Hier sind wir wieder in einer der am schnellsten wachsenden Städte der Vereinigten Staaten, dem grandiosen Ost in dem herrlichen Bundesstaat Texas. Die Strecke selbst liegt rund 23 Kilometer südöstlich des Stadtzentrums und ist seit 2012 Austragungsort des großen Preises der USA, womit sie die letzte einer langen Liste von Strecken ist, denen diese Ehre zuteil wurde. Welcome back to the Circuit of the Americas. Die Rennstrecke ist 23 Kilometer außerhalb der Großstadt Austin. Die Spitzengeschwindigkeit hier auf den 5,79 Kilometern mit insgesamt 20 Kurven, 10 links und 10 rechts, geht hoch bis auf 322 kmh. Die besten Überholmöglichkeiten bieten vor allem mit offenem Flügel die Kurven 1 und 12. Und wie immer ist bei mir Stefan Römer. Reden wir über Richards. Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Krittstrafen, die das Team aufgrund des Auswechslens der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfacher. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Leclerc, Vettel, Lando Norris und Sainz, Riccardo, Alben, Perez und Dani Quert. Strahl, Verstappen, Pierre Gasly und Rai Köhne, Giovinazzi, Russell, Romain Grosjean und Kevin Magnussen. Schumacher, Ocon, Latifi und Richards. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir sind dabei mit dem Rennen. Dabei, warte mal, ich gucke gerade so hart. Ich will Medium fahren. Dann nochmal auf Soft gehen. Zumindest ist das so der Plan. Vielleicht können wir die... Ja, vielleicht... Ja. Ja, versuchen wir es so. Gut, gucken wir mal. Ich glaube, es ist mehr Sprit dabei. Oder gehen wir rein ins Rennen. Warum auch immer der jetzt, wie gesagt, der Pfeffer... Okay, how is the pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Weil eigentlich habe ich ja auch Soft... Bin ich auf... Warum müsst ihr den... Der hat jetzt hart... Der gibt mir jetzt hart? Ach man, ich habe mal... Ich habe bereits einmal eine Schradien umgestellt. Dann sagt er mir nötig. Die stelle ich dir nicht ein. Weil ich auf Medium eigentlich ausgewählt habe. Später habe ich mich auch nicht umgestellt. Naja, mal gucken, wie es wird. Füßen wir halt doch mit allem, was haben wir schon geliehen. Weil ich eigentlich... Ja, war ich eigentlich gewechselt, aber auf Medium. Wahrscheinlich ein bisschen drauf zuhören. Ein paar gute Ergebnisse. Irgendwann ein bisschen was aufzuholen. Und dann vielleicht... Mit dem Software... Mit dem neuen Software zu pushen. Ich hoffe, dass es gleich noch einhört. Aber ich glaube nicht, dass es sendet. Ja, wir stehen auf 22. Wollen wir mal gucken, was man da rauskommt. Mhm. Einen Saisonsieg haben wir auf dem... Auf dem Link. Auf dem Kahl... Auf der... Auf der Liste, nämlich der Sieg in Kanada. Aber mit... Mit dem Regen, mit dem Safety-Kahl. Sonst wäre das auch nichts gewesen. Aber es war unser Glück. Und wir haben es da meine Idee gemeistert. Das Auto, das ich heute Abend wieder fahren werde. Dann in äh... Kapierten Namen war das. Na ja. Okay, auf geht's. So, der Start ist schon mal bombig gelungen. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen Platz machen. Oder beiden. Aber wir gehen schon mal vor. Auf... Auf 9. 9... 13 Positionen in der ersten Kurve. Nächste wäre schon Alborn. Also wir sind auf jeden Fall ein bisschen klar mit ein bisschen Druck. Aber ein bisschen Nachdruck. Das Ziel ist es ja, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Mal Punkte mit dem Ziel. So, jetzt mal den Schwung ein bisschen mitnehmen gegen Alborn. Anbremsen lange. Vielleicht kriegen wir das hin. Ja, haben wir. Vorbei on Red Bull. Und dann ist der nächste schon der... Der große Rivale. Daniel Ricciardo, den ich versuche jetzt... Ja, ich habe schon... Wollte ich schon rein in die Lücke. Und haben wir auf Platz 8. Das wären 4 Wärme Punkte. Und wir müssen natürlich noch nicht einen Schritt nach vorne machen, was das... So, der Angriff gegen Ricciardo ist mir auch egal gerade. So, vorbei. So, der nächste, der jetzt vor uns ist, ist es sein. Den habe ich an Russland so ziemlich gut verrascht. Oh, da war... Das war ein bisschen mutig. Ja... Das war ein bisschen... Versuch was fährt. Na, da hat ich fast kassiert, aber... Wer sagt mir dann nö, ist es nicht. So, vorbei auch ein Sechser momentan. Jetzt versuche ich mal auf Neuris wieder ein bisschen aufzuschließen. Und danach ist schon so ein Vettel. Also Richtung Podium könnte es tatsächlich sogar noch für uns gehen. Aber mal gucken. Ich versuche mich ein bisschen dran zu arbeiten, aber wir sind schon mal... Zumindest schon mal weg von... Von... Ciardo Albon. Und dahinter ist das... Ne... Das war der Racing Point, ne? Ja... Ja, soll man denn so ein frischer Satz nochmal ausmachen? Guck mal, was ich den kriegen. Na, die drei Jungs da hinter mir... Die wollen es auf jeden Fall wissen. Also momentan sind wir noch mehr, das ist klar. Weil wir 16 Positionen gut gemacht haben. Stand jetzt. Und das haben wir uns aus der Strecke so gearbeitet. Das ist kein Box. Das ist gar nichts. Sondern einfach wirklich gearbeitet. So, jetzt schießen wir noch mal ein bisschen weg von dem... Restes Feld ist da hinten. So, 10 Runden haben wir noch. Ja, jetzt ist auch natürlich durch diesen Bremen kein Fehler angekommen. Ja, wir können uns wehren gegen ihn. Diese Weise... Ja... Was heißt... Was heißt... Wir können... Wir können es gut verteidigen. Dementsprechend kommen wir noch mal ein bisschen drauf an dran an Norris. Ich bin da vorne... Langsamer. Den noch kassieren wir mal 5 da und hätten 10 WM Punkte. Das wäre... So wichtig... Für die Konstruktion WM. Damit fangen wir ja auf 8. Ja, das zeigt jetzt viele Punkte zu sammeln. Um... Um... Vielleicht einen Schritt nochmal nach vorne zu machen. Ja, wieder so ein blöder Quersteher. So, vielleicht jetzt der Angriff gegen Norris bald irgendwann. Moment. Das war's. Ich muss wieder ein bisschen nichts rausnehmen. Ich versuche es gerade wieder ein bisschen reinzukommen in dieses Rennen. Wir haben jetzt nur noch ungefähr drei, vier Runden, dann kann man wechseln. So, ich komme jetzt wieder ein bisschen weg von Ricciardo. So. Ja, ist schon klar. Eigentlich war es ja andersrum wie da. Ich wollte ja auf Medium starten, um im Endeffekt zu holen. Genau bei solchen Situationen vielleicht nochmal ein Vorteil, zu haben auf den Reisen. Aber das wollte ich meine Boxen. Ich dachte, nö, du bleibst mal schön auf den roten Netz. Das ist die Worte. Ja, jetzt habe ich jetzt wieder mega viel Zeit verloren. Ja, jetzt hat er natürlich den Vorteil mit dem Flügel. Den kriege ich Ihnen ausgekontert, aber den... Ich muss dieses Auto unter mir halten. Ja, so nur 2,5 Sekunden, aber ich muss ich werden. Ich komme ja dran und nur wieder, ne? Aber dem... Da habe ich auch nicht, dass ich doch drei Autos, vier Autos unter mir im Heck kleben habe. Und ich will halt gerne diesen sechsten Platz mit nach Hause nehmen. Gerade, weil es dann wieder ein Vorteil wäre gegenüber dem Rivalen. So, jetzt gehen die anderen in die Boxen, die in einige Fahrer hat es rein. Und der... Ne, das ist nur einer, das ist Herr Mecken. Das ist nur Lewis Hamilton, der jetzt in die Box geht. Ich gehe mal ein bisschen auf Standard, die da, damit ich dann später am Ende nochmal pushen kann. So. Jetzt nochmal der Angel, gleich die Ecke von Ricciardo. So, halb zeigt das Rennen. So, ich probiere uns dann aufs Überholen zu stellen, um mich doch ein bisschen zu erwehren. Also um länger ich ihn wegkriege hinter mir. So, jetzt habe ich meine Boxen strakt, die, meine Boxen, äh, jetzt keinen Strich durch die Rechnung machen. Nach dem Motto, okay, der Wagen ist hinter dir, der wartet. Oh, hol ihn dir, äh, hol ihn dir. So, also lass dich ruhig vorbei, der ist eh hinter dir. Aber, das haben sie mir schon mal damals gemalt, ich erinnere mich an ein Rennen. So, jetzt versuchen wir es nochmal. So, Ricciardo habe ich rausgekontert. Ja, ja, ich weiß, dass ich reiflich noch nie geht's offen ist. Der Ferrari vorne, der ist durch... Oh, gehen wir hier. Ja gut, ich stehe hinten am Ende, der wächst. So, das Wichtigste ist passiert. So, per Gasly ist ausgeschieden aus der Box, aus der, äh, aus dem Rennen, Entschuldigung. Aber der Vorteil ist, dass wir jetzt Gott sei Dank von Ricciardo gelandet sind. Ich weiß nicht, wie es am Ende mit Dix ausgegangen ist. Mit Norris, aber der ist vorne, okay. Oder? Der ist doch konnt, ne? Kein Norris, der ist hinter uns. Wir sind 5, 6er, 5er momentan. Was, was, glaube ich zumindest. Ja, ja, ich glaube, wir sind 5er. Ich glaube, wir sind 5er jetzt. Weil alle anderen, was da vorne noch in der Box ist, wo unterwegs ist, musst du in die Box. So, ich komme jetzt ein bisschen weg von Ricciardo. Ja, da ist es dahinter, zwei Pätze. Der hängt hinter Kwiat fest, so dass das Zeit ist. Ich weiß es halt nicht, äh. Ich sage mir, ne, der ist gar nicht in die Box, ne? Warum ist das gar nicht in die Box? Okay, alles gut. Ich versuche gleich ein bisschen mitzudenken. Ja, der ist doch vorne irgendwo mit dabei. Ich glaube, ich könnte noch Tränen führen. Scheiße. Ich habe mir zu quersteher gehabt. Das war die Kurve. Aber, ja, ich weiß halt nicht, ne? Wie es ausgeht. Geht die Boxenstrategie auf? Reicht es mir Platz für mich sogar noch? So, da sind zumindest Heinz zwei. Ne, reicht nicht. Stroll, der jetzt reingeht. Albon. Ach, mach die Tür auch nicht so. Ja, leck mich doch am Arsch. Halt die Fresse, Alter. Der Stroll, der geht mir auf den Sack gerade, Mann. Ja, toll, ey. Neunter wegen so einer Kacke. Aber man muss unbedingt noch weg. Die Leute so wegrammeln. Was ist denn? Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Das Problem ist, dass ich bei jetzt vor mir habe, dass noch mindestens ein Auto vorne ist. Ja, jetzt hat er gerade mich. Die Carahad ist coming to fit the mediums. Carahad, they are running medium tires. Ha, hau doch mal ab, ey. Jetzt habe ich den Alpha Tauri noch an der Backe klebt. Ach, Kieber, verpiss dich, Alter. Lass mich in Ruhe. Ach, Tau. Na, jetzt. Das Problem, dass ich jetzt Zwoll und Albon vor mir habe. Die eigentlich beide hinter mir waren. Durch die scheißball... Durch die blöde Boxenstrategie. Ja, im Zweifel schiebt der mich jetzt... Okay, Fokus. Wir müssen auf der Backe bleiben. Das Problem ist einfach, dass ich jetzt gegen mich, gegen Autos werden muss. Schade, es wäre ein Platz 6 geworden. 6 wäre drin gewesen. Weil der hätte ich jetzt voll mir jetzt gerade meinen Flügel kaputt gefahren hat. War's das? Schade, ich wäre... Ich hatte Hoffnung, ein bisschen auf Platz 5. Sogar noch. Ich habe mir meine... Ich habe mir das Ding komplett meine Position kaputt gemacht. Wie sieht mein Flügel überhaupt aus? Gar nichts. Okay. Das ist mir jetzt nicht viel. So. Runde 11 sind wir jetzt mittlerweile. Ich hoffe, dass wir es irgendwie noch reißen können. Seid ihr schon drinnen da? Auf jeden Fall. Ja, damit wird es noch eine 4 Punkte werden. Schade. Es hat dann mehr drin sein müssen. 6... 6... äh... Punkte wären... 6 oder 8 Punkte wären mehr drin gewesen. Die 2 da vorne. 2 fällt mir mein Rennen kaputt. Ich hoffe, dass die 2 sich noch irgendwie in die Quere kriegen. Dass ich meinen Platz bekomme. Ich will sich allbaut kassieren, ja. Jetzt ist es Safety Car oder so. Das wäre so. Nach vorne wird es nicht gehen. Das ist klar. Ich war so dran an dem... Ich war 2 Sekunden dran an dem... von Norris. Und das hat es mir einfach kaputt gefahren gemacht. Jetzt sind sie... Jetzt sind sie beide weg da vorne. Jetzt sind wir allbauen auf das 2. Beide mit 4, 5 Sekunden weg. Da habe ich keine Chance gehabt, wiederher zu kommen. So, Runde 12. Ja, ich will auch gerne... Jetzt ist es halt erstmal, dieses Auto sich damit zu halten. Ja, das erinnert mich gerade. Jetzt ist sie... Ich wäre mir so mehr drin gewesen. Komm auch ab, Mann, ey! Es wurde mich gerade so ein bisschen... Ich meine, wir hätten die Möglichkeit, frikare zu schlagen. Aber wir hätten mit diesem Rennen so einen Big Point setzen können. Von dem Racing Point, die eigentlich auch um uns herum sind. Die jetzt mit einem guten Ergebnis da vorne mitfahren. So, der nächste, der jetzt versucht, noch mache, ist Queer. Äh, Quatsch, Queer doch. Da vorne geht sie eh nicht mehr. Der Abstand ist groß. Wenn da noch schön irgendwas passiert... Ah, das erinnert mich gerade. Das erinnert mich ein bisschen gerade, ne? Vor allem, wenn du ewig auf 6 fährst, die Chance hast, du einen Platz finden. Und dir dann einfach quasi alles kaputt gemacht wird. So, vorletzte Runde haben wir jetzt immer drinnen. Irgendwie noch dieses Auto... Diese Position halten. So, Queer probiert sie auch mal mit dem Angriff. Kommt aber nicht wirklich in Position. Jetzt kann man es noch mal versuchen. Rausbeschleunigen mit voller Power. So, jetzt kann er nichts mehr machen, der Quiat. Hier in den Esses ist es nicht möglich. Bortas noch mal schnell zur Rennrunde. Das war uns gerade ja uninteressant. Aber ich will eigentlich gerne in dieser Position mitnehmen. Aber... Ja, bevor ich mich jetzt kurz darüber freuen kann, das weiß ich halt nicht. Weil halt Chance... ...nochmal ein bisschen da war, ob die Chance am 5 da war. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Okay, letzte Runde erstmal mal ein Reise. Wir müssen mal ein bisschen... ...puschen. So, es heißt, das ist nochmal gequiert. Es geht ja auch um... ...satz 9. Ja, du ist raus, was das betrifft. Der hat keine Chance, was wir machen müssen. Der große Rivale wird keine Punkte holen. Aber die Frage ist, wie viel werden wir holen? Ein bisschen kann man jetzt jetzt wegatmen. Da vorne wird sich... ...geleiber und ist weg. Das reicht aber nicht. Der quer darf flachstellen. 12-Jagg schon in Norris. Bottas gewinnt dieses Rennen hier. Das bleibt aber ein einziger Sieg. Aber mit dem neuen Kommission, mit der neuen ganzen frischen Einheit, würde es wahrscheinlich was 8 und 4 Punkte ist. Von wegen, schnell zu rennen ohne Bottas. Das heißt, der mitmacht zu in der letzten Kurve. Hat sich Riccardo gerade noch von Burcon mit einem Kassieren lassen? Kann das sein? Und dann ist es dann mit dem Platz 8. Ja, das ist ja vielleicht ein bisschen mehr gewesen. Ich kann mich so nicht drüber freuen. Das ist klar, ich frage mich immer auf 4 Punkte. Das ist wichtig. Aber über diesen... Es wäre vielleicht dringend gewesen, ja. Ja, es wäre vielleicht mehr dringend gewesen, ja. Drei Plätze nach vorne. Eine erstaunliche Fahrerreisung und gute Arbeit vom gesamten Team haben hier in Austin zum Sieg geführt. Was denkst du, Stefan, was Ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Ah, schade. Es werden... Ja, vielleicht bin ich nicht dabei gewesen. Na, in den Podium haben wir ja auch rausgeholt. In Ungarn zum Beispiel oder Österreich. Auch in Kanada 3 insgesamt, glaube ich, wenn wir das richtig mitgezählt haben. Aber... Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Richards. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1-Action zurück sein werden. 92 Wernpunkt haben wir jetzt mittlerweile auf dem Konto. Ja, weil er witzig geht. 37 Wernpunkt können wir nicht aufgehen. Cleven, die sind sehr, sehr stark. Gerade weil Lewis heute einen guten Job gemacht hat. Kampus 5 oder so war das, glaube ich, am Ende. Ja. Aber, ja, letztendlich freue ich mich klar über Platz 8. Okay, am Ende sind die vier Punkte wichtig, aber es wäre vielleicht nochmal die Chance, vielleicht Platz 6 anzugreifen, sind auch nur zwölf Punkte auf Alborn. Also da können wir vielleicht nochmal was holen. Na, das ist vielleicht irgendwo noch das Ziel, denn doch noch irgendwie Best of the West zu werden. Also sprich, den Alborn zu kassieren. Oder zumindest einen von den Top-Team-Fahrern zu kassieren. Weil mein Best of the West sind wir momentan. Ein Punkt Vorsprung vor Carlos Sainz und 6 vor Paris. Ah ja, gut, mal gucken. Bis dann, wenn du willst. Platz 6 in der Konstrukteus-Fahrern wäre, ist wichtig. Die Park könnte klappen. Naja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe gar nichts gemacht. Kleine Kommentar. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Ja. Wir haben sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? So. Welche Abteilung war von den Reglementänderungen für nächstes Jahr am stärksten betroffen? So. Klasse. Das war dann alles. Jo, dann haben wir das. Ja, das ist ärgerlich. Da ist vielleicht ein bisschen was mehr drin gewesen. Aber das sind vier Wärmpunkte. Ich glaube, dann hat das. Das sind Kohle noch dabei. Sie ist bei einem Rennen mindestens so der besten vier Wärme. Das kann man nicht hin. So, wir sind mal bei 5,7 Millionen, die wir jetzt auf dem Konto haben. Gut, dann sind wir durch. Wir sehen uns wieder nächste Woche in Mexiko. Oh. Okay.